ja was müssen wir in 3 und 3 lernen? ich denke mal ein bisschen Positioning also gerade Rotation und so Scheiße, fahrt die Richtung Oh, ich bin daneben gehüpft oh war ich noch dran 3 und 3 ist halt auch wirklich ist aber auch wirklich crazy was macht ihr denn da wieso geht ihr überhaupt dran das ist so wahrscheinlich ist das so ein so ein ich muss auch nicht den Ball rangehen das ist nicht gut Moin Digga Boah ok ja es ist 3 und 3 und wir kriegen richtig ins Gesicht spüre ich jetzt schon ja ein bisschen hüpfen und fliegen können wir auch schon noch nicht groß und noch nicht wirklich gezielt aber ein bisschen boah der war stark bring ihn ins Tor ja fliegen aber 5 Autos rein das ist so krass der war wichtig 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 und richtig wichtig und richtig wenn zwei vorne sind bleibe ich hinten wir spielen wir spielen einfach mal diese Rotation wenn zwei vorne sind bleibe ich hinten die machen das schon die machen das schon ganz knapp vorbei das ist mit dem ball passiert das ist mit dem ball passiert der ist einfach wirklich glitscht da komme ich nicht dran und so einfach dabei ich habe nur ich das gesehen nur ich das gesehen dass der ball klitscht ist macht mich nicht schwach macht mich nicht schwach das war das war doch wirklich mal ein Traumpass im Traumpass aber direkt vor das Tor man muss wirklich nicht nicht viel machen außer das Auto hinhalten ich glaube ich trust meine Mates uhuhu der war sehr knapp wenn meine Mates wüssten wie ich Bälle halte dann würden die mich hier hinten nicht stehen lassen oh der war der war der war super strong wow 2 2 trust my Mates das ist es ist so trust my Mates die regeln das schon auf irgende weise wir dürfen einfach noch nicht in Rückstand geraten und äh ja leichte Taure kassieren so was muss ich halt verhindern ball nach vorne spielen mails fahren nach vorne alles ist cool wow der ging das Tor Torschuss oh der war wichtig der war wichtig der war wichtig und Torvermaid Führung wer hat es initiiert wer war es wer war es ich sehr stark sehr 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 gut 3 zu 2 dürfen jetzt nicht kein easy ball oder so rein kriegen das war ich nach vorne wir bleiben den habe ich 5 4 3 2 1 geiles game geiles game so gold 1 liga 2 jetzt können wir eigentlich was auf wir gucken jetzt noch mal nach allen spielen nein ich will mir einfach auswahl ich bin hier muss man das war ein sehr sehr cooles game sehr stark